ja hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute möchte ich euch einen absoluten klassiker vorstellen den ja wahrscheinlich schon ich weiß nicht gefühlte zehn millionen menschen auf youtube reviewt haben dennoch dachte ich mir ich stelle euch den auf meinem kanal auch noch mal vor weil es gibt erstens zig varianten von diesem messer viele meinungen ja und da dachte ich mir da gebe ich meinen senf auch mal dazu dass ihr vielleicht auch mal meine erfahrungswerte zu dem messer beziehungsweise meine meinung generell im gesamten zu diesem messer erfahrt ja wie gesagt absoluter klassiker made in germany in solingen ich habe hier die variante mit der karbon stahl klinge es handelt sich hier um den xc 75 kohlenstoff stahl und als griff habe ich hier die ganz einfache schwarz beschichtete edelstahl version es gibt auch noch kupfer sehr edel auch in messing und im blanken edelstahl mattiert gebürstet wie auch immer also in sehr vielen varianten auch mit edelstahl klinge ich habe mich bewusst für diese variante entschieden als ich mir das mal gekauft habe weil ich ja karbon stähle sehr mag aus dem einfachen grund sie sind extrem scharf zu kriegen durch ihr sehr feines stahl gefüge und die lassen sich ja mit einfachsten mitteln sehr schnell wieder richtig richtig scharf kriegen die sind natürlich habt ihr ja in meinen anderen videos sicherlich auch schon gesehen zum beispiel das opinel vorgestellt habe ja was auch eine karbon stahl ist das was ich vorgestellt habe was auch eine karbon stahl klinge hat klar die sind ein bisschen pflegebedürftig die klingen aber dennoch mag ich die einfach sehr eben aus genau den eigenschaften die ich euch gerade beschrieben habe ja kommen wir kurz zu den daten von dem guten stück wir haben hier eine gesamtlänge von kurz bisschen schmulen von 19,8 zentimetern also ist schon recht großes messer eine klingenlänge haben wir hier von 8,9 zentimetern und ihr seht schon wie gesagt meine hand ist nicht unbedingt die kleinste passt hier aber super rein klar der griff ist sehr schmal weil es ist halt wirklich nur ein gefalteter gefalzter edelstahl griff da ist jetzt keine große unterkonstruktion sie sind nicht große da ist gar keine unterkonstruktion es ist tatsächlich einfach nur eine gefalzte stahl platte die jetzt hier wie gesagt noch mit diesem schwarzen finish versehen wurde und mehr ist das nicht ja also da gibt es keine tragende konstruktion oder ähnliches das einzige was wir hinten noch haben ist halt hier die kleine feder beziehungsweise letztendlich ja der back lock mit der feder der dann die klinge tatsächlich hält das geräusch mag ich das ist schon nett dass man hört zack ja ich weiß messer so zuklappen lassen ist nicht unbedingt gut ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht aber auch das aufklapp geräusch habe ich den finger drauf gehabt ich mache es noch mal ja das ist schon sehr satt sehr heftig der back lock greift ja auch gut also da wackelt nichts obwohl es eine genietete konstruktion ist da wackelt nichts weder von oben nach unten noch von links nach rechts sind also die klinge sitzt hier wirklich sehr fest im heft der back lock ist auch ja also da muss man nicht riesig groß drücken dass man den runter kriegt von der verarbeitung her klar das ganze ist ein sehr einfach konstruiertes messer ja also hier zum beispiel hinter der hinter diesem falz hier klar das ist ein bisschen scharf kannte ich auch hier hinter der klinge ist es ja auch ein bisschen spitzen bisschen scharf aber alles nichts nichts weltbewegendes nichts dramatisches und für ein messer in der preisklasse wir reden hier von unter 30 euro ist das definitiv und wirklich für ein in deutschland konstruiertes und gefertigtes messer definitiv absolut top preis also kann ich nur empfehlen wir haben hier ein gewicht von ich glaube 79 ja 79 gramm ist also nicht wirklich schwer trotz der größe aber wie gesagt es ist halt hier ist keine tragende konstruktion drin keine starleine oder ähnliches verarbeitet und wir haben hier eine klinge die tatsächlich nur 2,2 millimeter hier am klingenrücken aufweist die ein flachschliff hat ab oben der auch relativ fein zuläuft hinter der phase habe ich hier knapp 0,5 millimeter gemessen ja das ist völlig in ordnung und das ding kann ich euch sagen das schneidet wirklich unglaublich gut ja also allein durch die klingen form durch den flachschliff durch das relativ geringe durch den relativ geringen materialwert hinter der phase schneidet das ding wirklich gut und wie gesagt kohlenstoffstahl den kriegt ihr halt mit einfachsten mitteln unglaublich scharf durch das feine stahlgefüge was auch dieser xc 75 hier aufweist kriegt ja wirklich einfach und schnell super scharf auf jeden fall tolles messer vielleicht noch mal kurz zu der geschichte von dem messer wenn ich sage ja weiß ich doch ich erzähle es trotzdem kurz das ist ein messer was seit über 100 jahren in solingen produziert wird und was ja aufgrund von eigentlich einem zufall beziehungsweise nicht dafür konzipiert tatsächlich auch den weg ins militär fand das ist ja hinlänglich auch bekannt als kaiser wilhelm messer wurde aber nie als militär oder armeemesser konzipiert und auch nie so entsprechend ausgegeben an soldaten des ersten weltkriegs sondern fand halt einfach aufgrund seiner sehr robusten bauweise und seiner einfachheit den weg tatsächlich in richtung militär und wurde dort halt tatsächlich genutzt nicht als offizielles armeemesser wie gesagt aber tatsächlich viele soldaten besaßen so ein merkator und auch heute noch ist das definitiv ein absolut tauglicher alltags begleiter für einen echt niedrigen preis der definitiv für den alltag sehr 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 tauglich ist auch nicht vergessen das ist klar 42a konformes messer es verriegelt zwar durch den backlog aber es ist definitiv ein zweihandmesser also selbst wenn ich mich ja okay okay ich bemühe mich jetzt ein bisschen ich krieg das meinen wurst fingern ja klar ich krieg das auch mit einer hand auf sicher dennoch definitiv nicht als einhandmesser konzipiert von daher für mich absolut 42a konform dieses messer und definitiv mitzuführen auch straffrei mitzuführen und wie gesagt extrem tauglich ihr habt ja am ende noch so eine so eine kleine öse ich klappe die meistens immer so hoch weil ich brauche die nicht wer natürlich das möchte kann hier noch ein lanyard oder was auch immer oder karabiner oder sonst was anbringen ich habe die meistens hier hochgeklappt auf richtung des des griffrückens ja wir haben wir auch noch mal die prägung mercator germany auf der klinge haben wir das noch mal einmal hier mercator und hier germany das kann man hier nicht mehr so lesen solingen also mit das s und das o noch auf jeden fall ein produkt was hier bei uns gefertigt wird und für den preis absolut absolute kaufempfehlung kann ich wirklich nur jedem raten sich dieses kleine teil zu besorgen egal in welcher variante da gibt es sicherlich vom geschmack her unterschiede sowohl vom optischen als auch von den verbauten materialien das ist wirklich eine absolut einfache version mit diesen beschichteten edelstahl griffstahl mit diesem beschichteten edelstahl griff und der carbonstahl klinge ich finde das ding absolut genial kann das wirklich nur jedem von euch ans herz legen auch wenn man es nur als als zweitmesser als 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 backup irgendwie mit sich führt auf jeden fall eine absolute empfehlung ja und wie ihr seht ich habe das ja das hat bei mir schon gute dienste geleistet ich habe das oft dabei und trotz der carbonstahl klinge die ich jetzt nicht immer so regelmäßig pflege ein öle wie auch immer klar ich achte darauf dass sie trocken bleibt oder wenn ich damit irgendwas geschnitten habe gerade was halt frucht oder ähnliches enthält mache ich es natürlich danach sofort sauber und halt auch trocken und ihr seht der stahl der verzeiht so einiges also ja gut hier oben seht ihr da sind so ein paar hier hat es schon so ein bisschen angelaufen hier teilweise auch letztendlich nichts dramatisches und gerade das ist ja das schöne bei carbonstahl klingen dass die eben anlaufen dass sich eine patina bildet und das macht halt auch den reiz dieser dieses diese dieser dieser stahl art aus ich mag das sehr ist definitiv kein grund dass da irgendwie die qualität minderwertig oder ähnliches ist ja von daher absolut taugliches teil wie gesagt kann ich jedem von euch nur empfehlen ja und das war es dann auch schon wieder vor ich hier noch lange und weiter rumfasel würde ich sagen vielen dank fürs reinschauen vielen dank fürs anschauen generell ja wenn ihr mögt hinterlasst mir einen kommentar daumen hoch daumen runter wie ihr möchtet ja das war es von mir vielen dank und bis zum nächsten mal